Monsieur, du Präsentor, la Tour de Vénu. Schwiegere Einsicht. Schwiegere Einsicht. Nur einsichtige Menschen sind davon überzeugt, dass etwas mit der Welt in Unordnung ist. Sie ist voller Spannung, Krisen, Leiden, Tod und Furcht. Die meisten von uns brauchen gar nicht außerhalb ihres eigenen Lebens zu suchen, um Spannung, Furcht und Uneinigkeit zu finden. Was ist los mit der Welt? Was ist los mit der Welt? Was ist los mit der Welt? Es hat viele Versuche gegeben, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Einige erwarten die Lösung von der Politik und von der Regierung. Nach Jahrhunderten, in denen es jede vorstellbare Art von Regierung gegeben hat, hat das 20. Jahrhundert die Tatsache sehr klar gemacht, dass keine Regierung für sich in Anspruch nimmt, die Fähigkeit zu besitzen, wirklich eine Antwort auf diese Frage zu haben, wenn sie vielleicht auf anderen Gebieten auch noch so fähig sein mag. Keine Regierung wird stärker sein, als die Leute, die regieren oder die Leute, die regiert werden. Viele Ungerechtigkeiten kann durch das Gesetz abgerüttet werden. Aber das Gesetz kann die menschliche Natur nicht ändern. Viele Ungerechtigkeiten kann durch das Gesetz abgerüttet werden. Viele Ungerechtigkeiten kann durch das Gesetz abgerüttet werden. Viele Ungerechtigkeiten ziehen sich zum Titelunus, dass wir nach der Regierung einigte, diese Glocke ausdeckern, Wir sind im Hintergrund der Vinyl. Wir sind im Hintergrund der Vinyl. Wir sind im Hintergrund der Vinyl. Die Mandeln am Taste dein handeln kursIR Die Obsidarinette Die Hinsicht Die Böse Das war's für heute. Das war's für heute. Musik Das war's für heute.